Hey na, ihr seid auf einem Poetry Slam und wisst gar nicht, was hier so passiert? Ein Poetry Slam ist ein Wettstreit von DichterInnen, Storytellern und Comedians mit drei wichtigen Regeln. Erste Regel, der Text muss selbst geschrieben sein. Zweite Regel, es dürfen keine Requisiten verwendet werden, außer des Textblattes. Dritte Regel, es gilt ein Zeitlimit von sechs Minuten, danach wird abgebrochen. Aber das Wichtigste gilt für euch, respect the poets. Also Handy aus, Applaus an und viel Spaß, eure Gliezesburg. Schuss, 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 schuss.